Der Rückkehr von Darth Revan, dem wahren Lord der Sith, steht nichts mehr im Wege. Seid gegrüßt, Lord Revan! Seid gegrüßt, Lord Revan! Seid gegrüßt, Lord Revan! Die Sith verneigen sich vor euch. Ihr habt euren rechtmäßigen Thron wieder zurück. Der Jedi-Orden ist zerbrochen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Sith sie gänzlich aus der Galaxis entfernen. Die Flotte der Republik ist stark geschwächt und die Kernwelten können sich uns nicht länger widersetzen. Untertitelung des ZDF, 2020